Einen wunderschönen guten Tag. In diesem Video stelle ich den Plattformwagen bzw. den Transportwagen von Meister vor. Wie Sie sehen, ist es klappbar, hat eine Tragfähigkeit von 150 Kilogramm. Maße stehen vorne nochmal drauf, könnt ihr nochmal in Ruhr durchlesen. Das kostet rund 30 Euro bei Amazon.de. Ich habe Ihnen noch einen Link bei Amazon.de direkt unter der Videobeschreibung gesetzt. Sie können sich das gerne dort anschauen, vielleicht dort erwerben oder auch woanders, je nachdem wie es Ihnen am liebsten passt. Der Wagen ist natürlich für Hobbybereich bestimmt. Für 30 Euro kann man auch nicht mehr erwarten. Wenn man im Profibereich einen Wagen braucht, die kosten 100 Euro aufwärts. Ob es das lohnt für den Hobbybereich mit seiner 150 Kilo Traglast, ist ja völlig für den Hobbybereich ausreichend. Die Räder, die werden separat in einem kleinen Päckchen geliefert. Und zwar sind zwei Räder, also zwei Räder sind beweglich für Lenkung und sind auch noch mit Bremse ausgestattet. Ein Maulschlüssel wird auch mitgeliefert, um die Schrauben für die Räder zu schrauben, festzuschrauben. Dafür braucht man lediglich den Transportwagen einfach umdrehen und hinten sind die Schrauben schon vorgeschraubt. In die Löcher, wo die Räder reinkommen, die Schrauben muss man einfach abschrauben, Räder aufsetzen, Schrauben wieder einschrauben. Ich habe manche Bereiche des Videos beschleunigt, stark beschleunigt, damit das nicht so lange atmig wird. Der Wagen macht einen sehr, sehr stabilen, guten Eindruck, qualitativ, also für den Preis versteht sich. Natürlich, wenn man da 200 Euro ausgibt oder 100, 150 Euro, dieser Wagen hat natürlich mehr Qualität dann. Aber ich rede zum Preis-Leistungs-Verhältnis für 30 Euro, macht das einen sehr soliden Eindruck. Es ist aus Metall komplett auf der Transportfläche, es ist eine PVC-Gummimatte aufgesetzt, damit das nicht rutscht, also eine Antrutsch-Matte. Wenn man es nicht mehr braucht, kann man es einfach zusammenklappen und zur Seite stellen. So, die Räder sind jetzt heranmontiert. So kann man zusammenfalten, wie Sie sehen, einfach auf die Stange drücken, Tragegriff zusammenklappen. Der PVC-Belag. Das Gewicht bei 7,5 Kilogramm. Hier nochmal im Außenbereich Test-Transport eines etwa 40 Kilogramm schweren Kompressors. Übrigens, zu dem Kompressor gibt es auch ein Video, falls Sie an dem Kompressor interessiert sind, wie die Bedienung ist, wie die Funktionen sind, das können Sie auch sich gerne aus der Liste anschauen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017